Begonnen hat es im Sommer 2010 und die Aufgabe war, überhaupt mal ein stautes Go zu ermitteln. Wir haben uns dann zusammengesetzt, um festzustellen, wo die Reise eigentlich hingehen sollte, wenn Comfort haben. Wir haben einen globalen Fragebogen erstellt, 200 unserer Kunden befragt und da heraus resultierten dann alle nächsten Schritte. Natürlich wurden neue Technologien und Trends in jeder Phase des Projektes berücksichtigt. Dabei standen die Wünsche der Kunden jedoch immer im Mittelpunkt und darauf basierend wurden die Anforderungen an die neue Generation definiert. Und so muss man sagen, wenn man über eine neue Produktlinie nachdenkt, ist das, was der Markt von uns erwartet, auch unsere Verpflichtung, mit der nächsten Generation eine Schippe draufzusetzen. Das zentrale Highlight ist die neueste Generation des von ConvoTherm erfundenen Closed Systems. Durch das neue ACS Plus mit seinen abgestimmten Zusatzfunktionen Humidity Pro, Crisp & Tasty und Bake Pro ermöglichen wir es selbst unter schwierigsten Bedingungen mit maximaler Beladung perfekte Garergebnisse zu erzielen. Der ConvoTherm 4 kommt sehr schnell wieder auf seine ursprüngliche Garmentemperatur. Und gerade wenn ich die Kiste von oben bis unten mit Produkten vollknalle, erreiche ich trotzdem eine hervorragende Produktqualität bei kürzeren Garzeiten. Und ich habe immer ein gleichmäßiges Ergebnis. Ein weiteres Highlight ist das neue ConvoClean Plus mit Eco, Normal und Express Modus. Eco reduziert den Reinigerverbrauch signifikant. Express erlaubt Schnellreinigung, wenn es eilig ist. Und egal welcher Modus ausgewählt wird, der Anwender kommt nie mit Chemie in Berührung. Gerade der Energieverbrauch ist das wichtigste Thema, egal wo auf der Welt. Und mit unserem neuen Crisp & Tasty und dem neuen flexiblen Reinigungssystem haben wir immer top Verbrauchswerte. Und das schon die Umwelt und spart Kosten. ConvoTherm hat eine lange Geschichte der Schaffung von Kundenzufriedenheit durch maßgeschneiderte Lösungen. Das bedeutet, dass alles was wir tun und alles was wir bei ConvoTherm 4 in Sachen Design gemacht haben, erstmal den Hauptkriterien Servicefreundlichkeit und Bedienbarkeit folgen muss. Das Tolle an EasyTouch ist, dass ich selbst im hektischen Küchenalltag mit nassen Händen das Gerät ganz einfach bedienen kann. Und auch EasyDial ist ein cleveres Bedienkonzept mit allen Funktionen auf einer Ebene. Und ich glaube hier ist es nicht unbescheiden zu sagen, wir haben hier Maßstäbe gesetzt. Wir mussten unsere kompletten Prozesse und Strukturen der neuen Gerätegeneration anpassen. Der komplette Umbau inklusive der Implementierung neuer Maschinen dauerte ziemlich genau ein Jahr. Tausende Stunden Labortests und hunderte von kulinarischen Testreihen mit allen Gerätebrüßen haben wirklich nichts dem zuverlösen lassen. Ziel ist es, unseren Kunden größtmögliche Flexibilität zu bieten. Und 56 Basis-Gerätetypen sprechen einfach für mich. Mit wie viel Leidenschaft das ganze Team an diesem Projekt gearbeitet hat, manifestiert sich letzten Endes in ConvoTherm 4. Und man kann zu Recht sagen, it's not just another orphan. Da würde der Wunsch-Gerät nicht mehr sein. Werbaut die Schmerz nach den Engsehentröfen Däuner. Der hat einfach hier gegeben. Und da in der Wunsch-Gerät nicht mehr an Bord. Mit wie viel Leidenschaft hat! arthritis imート der KZNAS-Gerätけ. Und da ist nur ein Bord. Vielen Dank.